So, wir befinden uns jetzt im Inneren, im innersten Inneren des Camp Nou, das Stadion ohne Leute. Hallo, herzliche Grüße. Wir haben gerade festgestellt, es wirkt jetzt gar nicht mehr so groß wie am Spieltag. Und so ohne Stimmung. Das ist schon was anderes. Aber trotzdem, nur kann man sagen, ein schönes Stadion. Ja, leider ist unten alles abgesperrt. Man kann leider nicht auf den Rasen gehen. Man kann sich auch nicht auf die schönen Trainerbänke setzen, so wie es aussieht. Aber, mal schauen da oben. Wir werden jetzt in den Pressets verbieten, wo wir natürlich gleich noch hin müssen. Hier noch einmal nicht zu schreien. Ja. Ja. Sonst melden wir uns dann gleich nochmal wieder. Adios. 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 Adios.